Hallo, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich freue mich auf das heutige Video ganz besonders, weil es gibt heute richtig interessante Neuheiten, auf die ich mich ganz besonders freue. Nach dem einen oder anderen Produkt habe ich wirklich lange gesucht und bin froh, dass ich es endlich da habe. Aber fangen wir mal ein bisschen kleiner an. Und zwar gibt es limitierte Sorten von Müller Milchreis. Heute habe ich hier Typ Blaubeermuffin. Es ist nicht nur Blaubeer, sondern auch Blaubeermuffin. Und hier sind auch wirklich 5,6% Heidelbeeren drin, immerhin. Hier sieht es ja wirklich sehr dunkel aus auf dem Beispielbild. Oh, das riecht so gut. Das riecht einfach wie dieses Schlumpfeis von früher. Ich probiere mal einfach erstmal so, ohne viel zu rühren. Es schmeckt wirklich nach Blaubeerkuchen. Dieser dunkle Kern bleibt aus. Okay, so ein bisschen in den Tiefen. Wenn ihr so ein bisschen mehr rührt, rührt ihr das eigentlich? Ich rühre irgendwie nie, weil ich mag es nicht, irgendwie Sachen zu verrühren, bevor ich es esse. Aber ich kann gerade gar nicht aufhören zu probieren. Richtig nice. Kann ich euch wärmstens weiter empfehlen. Das sind wirklich 10 von 10 Punkten. So, jetzt haben wir schon sehr gut gestartet und sind bereit für das nächste Produkt. Und zwar habe ich von Kopenrad und Wiese Lust auf Kuchen. Die neue Sorte Salted Caramel Cheesecake. Ich bin ja nicht so der Salted Caramel Fan, wisst ihr ja. Aber hier hatte ich irgendwie gleich so einen Geschmack im Mund. Oder beziehungsweise konnte ich mir sofort den Geschmack vorstellen. Ich glaube, ich habe das so ein bisschen mit diesen schwedischen Mandeltorten assoziiert. Obwohl das gar nichts miteinander zu tun hat. Aber ich habe sowas in der Richtung als Geschmack erwartet. Letztendlich hat sich das ganz anders herausgestellt im Test. Und das seht ihr jetzt. Das habe ich nämlich an einem anderen Tag. Weil ihr wisst, ich kann jetzt keinen Kuchen anschneiden und dann steht der Kuchen hier. Deshalb habe ich diesen getestet an einem Tag, wo ich die restlichen Stücke auch gut wegkriege. Der Test ist wirklich sehr lecker ausgefallen. Als ich den Kuchen das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, dass die Karamellsoße ein bisschen zerlaufen ist. Aber auf der Rückseite gibt es Aufschluss. Und das hört sich alles schon sehr interessant an. Und zwar steht hier salzige Karamellsoße eingebettet in einem Karamell-Frischkäse-Topping. Auf dunkler und heller Cheesecake-Schicht mit lockerem Crumble-Boden, dekorierten Schokoloppen. Also es ist eine helle und dunkle Cheesecake-Schicht hier. Nichts zerlaufen ist. Ich packe das jetzt schnell aus und dann muss das noch ungefähr zwei bis drei Stunden bei Zimmertemperatur auftauen. Den Kuchen müssen wir aus der Wacksschale entnehmen und dann auf einer geeigneten Platte auftauen. Oh, so sieht man das ganz gut. Die helle Cheesecake-Schicht, die dunklere, den Crumble-Boden. Es sieht schon sehr lecker aus. Ich glaube, ich lasse es aber schon drei Stunden ruhen bzw. auftauen. Und dann sehen wir uns beim Anschnitt wieder. Oh, lecker. Zwei Stunden später. So, es sind gerade mal zwei Stunden rum, aber da es sehr warm ist, schneide ich den Kuchen schon an. Und der hat auch die Form beibehalten, wie ihr seht. Oh mein Gott. Oh, ich bin gerade schockiert. Okay, ich muss den Kuchen einmal schnell retten und einen anderen Teller holen. Also der Kuchen hat auf jeden Fall immer noch die Form beibehalten, trotz dieses Unfalls hier. Okay, nächster Versuch der Kuchen ist zum Glück noch ganz. Jetzt können wir ihn endlich anschneiden, hoffe ohne Zwischenfälle. Okay, ist schon gut aufgetaut. Hier sieht man auch nochmal die Schichten. Sieht jetzt nicht ganz anders aus als auf dem Bild. Sieht auch in echt noch schön ästhetisch aus. Also diese Schichten hier haben unterschiedliche Konsistenzen, sieht man auch. Also hier ist es schon viel fester. Hier ist diese Cheesecake-Schicht in zwei Farben und hier ist es so eine fluffige. Schon fast schaumig, würde ich sagen. Aber nicht sahnig. Es ist immer noch relativ frisch im Geschmack. Also salzig ist das jetzt nicht wirklich. Okay, der Boden ist halt so ein bisschen fester, aber das ist auch bei den anderen Sorten so. Ich muss mal nur die oberen Schichten hier. Also richtig lecker. Ich habe das Stück jetzt auch schon was aufgegessen. Also Cheesecake schmeckt man auf jeden Fall raus. Und die oberste Schicht, die ist so cremig, schaumig. Das ist so ein fluffiges Frischkäse-Topping. Allerdings sind die Kalorien auch nicht ohne. Also wenn man sich die Kalorien hier mal anschaut. Also das ist jetzt so gedacht, dass man diesen Kuchen in sechs Stücke teilt. Ich habe jetzt ein kleineres Stück jetzt hier gehabt. Auf 100 Gramm sind das 283 Kalorien und 13 Gramm Fett. Ist auch nicht ohne. Aber hier ist ja auch Frischkäse drin. Kommt direkt nach Weizenmehl. Also ist schon ordentlich was drin. Lohnt es sich geschmacklich? Ja, es lohnt sich auf jeden Fall geschmacklich. Könnt ihr gerne probieren. Also ihr seht, wir hatten zweimal eine 10 von 10. Mal gucken, ob das ganze Video so weitergeht. Ich habe endlich die Limited Edition von Werters Original finden können. Und zwar Pumpkin Spice. Ich habe wirklich lange danach gesucht. Und letztendlich habe ich sie einfach in einem Süßwarenladen gefunden. Das sind softe Sahnetoffees mit Kürbiskuchen-Zimtgeschmack. Oh, das sieht irgendwie so reto aus, wie das verpackt ist. Beziehungsweise die Farben. Oh, da sind auch noch kleine Kürbisse drauf. Richtig nice. Abprobieren wir doch mal gleich eins. Oh, die sind schon richtig, ihr seht es, an den Ecken auch zerlaufen. Richtige, gute, alte Sahnetoffees. Ich war jetzt einmal ab. Also ganz ehrlich, ich habe immer noch, ich habe jetzt zweimal abgebissen. Ich habe das immer noch im Mund. Und ich warte noch auf dieses volle Geschmackserlebnis. Aber es bleibt aus. Oh, also diese Soft, wie heißen die? Soft-Karamell-Dinger. Also von der Konsistenz her sind die wirklich nichts für mich. Mein ganzer Kiefer ist gerade echt überstrapaziert. Okay, ist Geschmackssache. Darum geht es ja auch nicht. Es geht einfach um den Geschmack. Wirklich, es ist so minimal. Kann es wirklich nicht herausschmecken. Hier wurde das Ganze auch wirklich noch auf Aromabasis hergestellt, weil es gibt nichts an Pumpkin. Meinetwegen dachte ich mir okay, aber man hätte wenigstens noch ein bisschen Zimt noch rein hinzufügen können. Aber auch nicht. Ich finde, es schmeckt weder nach Pumpkin wirklich noch nach Zimt. Es sind für mich wirklich so zwei, drei von zehn Punkten. Es ist enttäuschend. Schade. Danach habe ich wirklich sehr lange gesucht, weil es irgendwie entweder was ausverkauft oder noch nicht da. Jetzt wurde ich enttäuscht. So, jetzt brauche ich eine salzige Abwechslung. Und zwar gibt es von Funny Frisch Cheetos in Chili Cheese Style mit diesem Affen hier. Es gibt noch eins mit einem anderen Tier. Das ist dann eine andere Geschmacksrichtung. Also die Tiere sind nicht drin, habe ich gemerkt. Das will ich nochmal hinzufügen. Die sind nur hier drauf. Ist ein Mais Snack. Ich liebe Mais Snacks. Käsegeschmack hat mich hier angelacht. Chili nicht so. Aber gut, eigentlich mag ich auch. Hier sind auch Jalapeño. Also Jalapeño, Chili Pulver ist drin. Ich mag Jalapeños eigentlich. Käsepulver ist hier auch noch drin. Tomatenpulver, Knoblauchpulver. Was mich so ein bisschen freut. Ihr seht beim Bonbon gerade, da war nichts von dem drin, was drauf stand. Also die Form ist so ein bisschen, ich sag einfach mal nichts. Es riecht nicht nur nach Chili. Ich kann richtig Jalapeños herausriechen. Mein Gott, die schmecken auch ganz gut. Ist nicht zu scharf. Ist so leicht spicy auf der Zunge. Käse ist so ein bisschen weiter im Hintergrund, aber harmoniert trotzdem mit der Schärfe. Und die sind relativ hart. Ich hätte sie mir so einen Tick softer gewünscht. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich gerade Kopfschmerzen habe. Weil ich merke das auch. Ich gucke die ganze Zeit so, als würde ich in die Sonne gucken, weil mich das kameralicht blendet. Aber irgendwie sind wir diesen Ticken zu hart. Aber geschmacklich richtig lecker. Deshalb gebe ich hier 9 von 10 Punkten. Ist auch angenehm. Ist auch nicht zu scharf. Also ihr wisst, ich vertrage sonst kein Schaf und ich mag es nicht so. Aber hier ist das wirklich ganz gut in Harmonie mit dem Käsegeschmack. Wir haben voll die guten Produkte heute. Mal gucken, ob es auch so weiter geht. Es gibt von Schogetten. Habe ich gerade Schogetten gesagt? Ich habe nämlich schon an Chai gedacht. Oh, das passiert mir so oft, dass ich schon an das nächste Wort denke. Und dann bilde ich ein neues Wort daraus. Also Schogetten. Es gibt von Schogetten Chai Latte. Da muss ich gleich wieder an Kai Pflaume denken. Wenn ihr das Drogerie Neuheiten Video gesehen habt, dann wisst ihr warum. Und zwar ist das eine Winter Edition. Wir haben weiße Schokolade mit Milchcreme Füllung mit Chai Latte Geschmack und 19% Edelvollmilchschokolade. Was ich hier immerhin toll finde. Hier ist noch Schwarzteerextrakt drin und Zimt. Wohlgemerkt bald an allerletzter Stelle, aber immerhin. Dann probieren wir das doch mal. Würde mich schon freuen, mit diesen süßen Beeren hier richtig positiv abzuschließen. Aber wenn nicht, dann war es eine Erfahrung. Dann ist es immer noch positiv. Also hier seht ihr, ist alles nur weiß. Aber, Überraschung, unten ist ein Milchschokoladenboden. Oh, das ist echt gut. Hier seht ihr einmal die Füllung in der Mitte. Die ist so ein bisschen farblich. Auch anders als der Boden und die weiße Schokolade. Und schön würzig, nicht zu würzig. Also man kann sogar so ein bisschen so Schwarztee herausschmecken. Zimt auch. Richtig nice. Also hätte ich jetzt nicht so viele Produkte, die ich immer wieder hier teste, dann würde ich diesen Winter diese Sorte auf jeden Fall für mich nochmal nachkaufen. Sehr lecker. Also wenn ihr Chai Latte mögt, dann könnt ihr diese Schokolade gerne probieren. Also das war mal ein Video mit mega leckeren Neuheiten, die ihr nicht verpassen solltet. Richtig lecker. Kann ich euch wärmstens weiterempfehlen. Für jeden ist heute was dabei. Ansonsten sehen wir uns am Sonntag wieder. Dort gibt es eine andere Art von Neuheiten. Dort könnt ihr auch gerne einschalten und wieder dabei sein. Küsschen von mir und bis zum nächsten Mal. Küsschen von mir und bis zum nächsten Mal.